Hey Leute und willkommen zum nächsten Türchen in unserem Karten-Nerd-Adventskalender, Türchen Nummer 7 erwartet uns am 7.12. logischerweise. Gestern war ja Nikolaus und davor war Krampus, das waren ja mega riesige geile Türchen. Schaut da unbedingt rein, wenn ihr die Openings nicht gesehen habt. Heute geht es wieder Back to Normal, ganz normaler Adventstag sozusagen, ganz normales Türchen. Ich komme nicht rein. Ich versuche die Häschen-Tütchen natürlich nicht kaputt zu machen von deiner. Geht echt schwer rein. Ich liebe diese Tütchen, Leute. Ich liebe diese kleinen Tütchen. Und natürlich im Hintergrund zwei Adventskerzen. Wir sind in der zweiten Woche. Oh, wir haben Booster. Wir haben Booster wieder, logischerweise. Immer Booster, 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 Booster. Es ist... Was bist du denn? Oh, das sieht ja gut aus. Alter, nice. Und da bin ich jetzt gespannt, ne? Da bin ich gespannt auf dieses Pokémon-Booster. Und wir haben einen Dragon Ball Supreme Rivalry Booster. Der Name, der haut mich immer weg. Also Dragon Ball und Pokémon heute. Aber fangen wir an? Ah, ich würde sagen, wir fangen mit Pokémon an. Oh, bin gespannt, Bruder. Bin gespannt, Bruder. Japanisches Booster, Leute. Japanisches Booster heißt, eine Karte von hinten nach vorne. Dann haben wir vielleicht was hinten. Es ist aber keine Rare garantiert aus den japanischen Boostern. Für all die es nicht wissen. Okay, wir beginnen mit einer Opferungsstelle. Vielleicht. Einer Fossilienkralle. Einem Säper, das ziemlich, ziemlich sauer ist, Bruder. Ah, Knacklion. Und ich mag den kleinen Drachen. Und wir haben was. Oh, Altaria Holo Rare. Ui, wie schön. Aber Drachen hat man doch immer gerne. Ah, ist cool. Altaria Holo Rare Pool. Uh, geil. Wir haben was im Booster drin gehabt. Freut mich. Jetzt haben wir noch einen Dragon Ball Booster. Boah, bin gespannt, was wir ziehen, Leute. Wenn ihr übrigens mehr von den jeweiligen Karten-Spielen-Openings sehen wollt. Ich mache zu jedem Dragon Ball, ähm, zu jedem Dragon Ball Set ein komplettes Display auf. Zu Pokémon aus den japanischen machen wir meistens ein Display auf. Und so weiter, und so weiter. Yu-Gi-Oh! sowieso. Und dies und das. Schaut da gerne überall rein. Wir haben eine Leader-Karte Baradoc. Sehr, sehr nice. Vor allem, wenn man die in Holo zieht, sieht das so schön aus. Jede dieser Karten kann nämlich als Holo drin sein. Alle Kammern, Uncummen und Rare Karten. Okay, baby, komm mal hier. Uh, Gohan, Super Saiyajin 2, fühle ich hart. Ui, aus dem Bojack Movie. Dark Broly, auch sehr, sehr geil. Ah, Mr. Satan, hau ab! Hau ab! Ich kann ihn nicht leiden. Uh, so ein Gohan, auch sehr geil. Ähm, auch eine Leader-Karte. Hier der normale Gohan aus der Zukunft. Hier der Super Saiyajin Gohan aus der Zukunft. Geht die man gerade aus? Oh, 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 wie ihr seht, es ist eine Uncummen-Holo. Ich hoffe, man sieht es okay. Also jede dieser Karten, die wir gerade gezogen haben, kann als Holo-Karte hier sein, auf diesem Slot. Und dahin haben wir ein... Huh, Netoba! Ein guter Tag heute. Netoba nehme ich gerne mit. Zum echt wunderschönen Reverse-Holo-Full-Art-mäßigen-Freezer-Inside-Inside-Inside-Inside. Mit einem Rollstuhl. Oh, das war ein geiles Booster. Das war ein geiles Booster. Vor allem mit dem Altaria-Holo dazu. Jo, fand ich wieder mal mega nice. Danke. Grüße gehen raus an Diana. Dankeschön für die geilen Booster-Packs. Leute, wer morgen Türchen Nummer 8 nicht verpassen will, sollt ihr unbedingt gerne ein kostenloses YouTube-Abo da lassen. Denn jeden Tag kommt ein Türchen bis 26.12. Ich bin auch echt schon gespannt auf Weihnachten und so weiter. Und ja, es macht einfach mega Spaß, jeden Morgen aufzustehen und Booster aufzumachen. Ich lebe den Traum, Leute. Mein Rettung und Impuls in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, Däumchen nach oben. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.